Hm? Ist der eigene? Ja Das ist jetzt der zweite Naja, wenn man das Monster zieht, wo wir auch noch ein bisschen... ...dichter noch was reingemacht haben... War es vielleicht 3 Ja, aber so eigentlich relativ 2 Ja Und eins davon war ja komplett zusammengestellt Ja Schauen auf Glas Wir könnten ja vorm Partner mal wieder eins von seinen... ...Material-Energy-Dinger nehmen Wenn er Metal-Energy 5 raus hat Hä? Wenn 5 draus ist, warum nicht? Ne, noch nicht, weil die heißen auch anders Er hat ja auch eins, da ist er mit Open World Mhm Dann kannst du halt da bauen, wo du willst Seid mal gucken Er hat eigentlich relativ viele Es gibt ja auch eins, das läuft ja auf eins zu machen sogar Okay Da muss man mal schauen Wenn man dazu Zeit findet, wieso nicht? Ey, ich bin ja nicht so wie du Und seit 4 Monaten nicht mehr bei Cursed aufgewiesen Nö Muss ich ja auch nicht Nö Den brauche ich nicht unbedingt Das ist relativ egal Ja, ist halt nervig manchmal Ja, so abdehlt der Ding auch gleich Ja, aber so abdehlt der Ding auch gleich Ja, wenn du immer so einen Block Ja, wenn du halt schon lange nicht anhattest Ich dachte schon, ich wäre jetzt in Lava eingesprungen. Schade. Wirklich. Warum? 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 Warum bist du negativ? Hast du was Nega gesagt? Negativ. Ja, ja. Nix anderes. Du hast das N-Wort gesagt. Nija. 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 Pass auf und jetzt kriegst du die ganzen Hass-Kommentare. Hass-Kommentare. Welche Kommentare? Hass-Kommentare. Ich krieg Hass-Hass-Hass-Kommentare. Aber so hast du am wenigsten Kommentare. Hass-Kommentare. Hass-Hass-Kommentare. Ne? Hass-Kommentare. Stört das doch nicht. Als ob mich das stören würde. Pff. Oder halt. Ja. Außer die Werbung. Dinger, die wir immer kriegen. Das wär normal. Wenn du mich trafst, dann mach ich dies und das. Blablabla. Aber es würde mich freuen, wenn du mir auffolgen würdest. Oh. Da denk ich mir auch immer nur. Ja ne, ist klar. Ja. Ja. Ah. Den, den, den. Oh der ist voll. Zwei. Ganz ehrlich, das interessiert mich so wenig, wie ich block den Typen noch nicht mal. Ach. Ich lass sogar die Kommentare ripp einfach. Äh. Ich block den mal. Äh. Scheiß das doch. Ganz ehrlich. Ich schreib eh nur, ich schreib eh nur einmal was und das war's dann auch wieder. Ja gut. Das muss man halt selber sehen. Mich nervt's immer. Also tschüss. Mich nervt das immer an der Kommentar. Tschüss. Ciao Kakao. Naja. Wenn da einmal sowas kommt. Ja. Aber dennoch darauf, das ist neufig. Ich bin ja echt, warum wir nicht da Quatsch brauchen. Also wir haben's hier unten in der, in der Ding drin, in der Kiste. Aber warum schärfe auf dem Schwert. Nee. Ich will irgendwas auf dir viel zu viel auch noch. War das nicht irgendwie für die Abkitzung mit? Abkitz. Hm. Hm. Gucken. Ich hab ja. Ich glaub sogar für die Upgrades braucht die normal welche. Comprator? Hm. Ja doch. Für die Upgrades brauchen wir welche. Sicher? Ja nicht für die Upgrades, sondern für die Controller. Ja. Wenn dann hin für die Comprator, ne? Ja. Für die Controller sind die Tor-Controller. Die Comprator brauchst du dafür. Deswegen. Ja. Deswegen. Das war der Grund. Das, das wär der Grund. Äh. Ja. Naja. Du bekommst. Ich weiß. Und? Ja. Na gut. Macht mir doch nix aus. Hm. Da hab ich aber einen ganz schönen Fußmaarstand. Ja. Um zurückzukommen. Achse. Schon gut. Siehst du wo du bist? Bist du was? Ich hab grad. Ich hab grad geguckt. Das ist ein ganz schöner Weg. Ganz ehrlich. Egal. Heißt du drauf. Tschüss Zombie. Oh. Doppelte A da A da. Pam pam. Immer mehr. Immer mehr. Ja. Doppelte A da. Äh. Doppelte A da. Kobalt. Auch noch. Immer mehr. 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 Es ruckelt grad hier. Säcke. Hört auf. Geht weg. Weichet von mir. Satan. Fünfmal Kobalt. Und dreimal Arlite. Habe ich da reingetan. Ich greif wieder in den Back. Back. Jetzt. Du musst mal noch mal reingucken. Grad wo du rausgenommen hast. Habe ich noch mal einen Arlite reingetan. Weg. Ne. Ist gar nicht drinnen. Weg. 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 Weg weg. Oh. Ja voll. die ganze zeit zombie weiche weiche von mir satan ich habe bestimmt immer in der tasche stimmt den anderen richter klar ob kisten habe ich meist immer eine tasche drinnen braucht man ja auch du doch nicht wie viel sand ist hier noch drinnen das geht dann machen wir das mal so so ich habe nur noch kurz im ausprobieren das kann ich sonst müssen wir wieder gucken dass die query arbeitet ich bin normal und die war schon lange fertig das weiß ich nicht bin ich aber nur der meinung so jetzt habe ich nur noch drei ob sie sehen das krieg erst mal auf ploppen in der smelty plopp plopp oder nicht plopp plopp oder nicht ja das ist so alles ist ein bisschen frisch drin ein bisschen frisch kalt kalt und dann gelang kalt kalt noch 41 Minuten schon wieder ich habe auch gesehen und ich renne die ganze zeit in die Hölle und bin ein Cowboyt und Adai das Material kann ich erst mal holz klar hier muss doch wieder übertreiben gleich du musst doch gleich wieder auffallen musst du ne ich mach doch gar nichts du bist doch nicht du bist doch ganz fick und nett und ganz unschuldig alles klar ich mach jetzt nichts ich mach jetzt nix oh du holst dich raus und nehm dir das Cowboyt auch gleich zweimal wieder ok hat sich die Decke hier noch zugemacht vorher ok da geht es nicht von da ich werde den blauen Weg aus der Decke rausnehmen hier so ist die Frage oh 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 wo ist jetzt was war jetzt los blittern du bist gar ein bisschen crank im Kopf kann das sein Nein klar überhaupt nicht ne und weil ich hoch gucke und auch viel Cowboyt gesehen habe und noch ein bisschen Adalt das ist ja da ist halt immer das Problem gibt es wenig oh 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 es fiek grad ein bisschen quank an ein bisschen verstören eher gesagt ja super trink auch noch eine aufnahme ist klar ob der jetzt essen würde in der aufnahme alles klar wieso nicht alles gut hat ja keiner was gehört was hast du denn gar nichts was ich habe what the fuck wäre ich jetzt weiter gelaufen hätte ich den abgang nach ganz unten gemacht man sollte halt nicht nach oben gucken die ganze zeit und dabei einfach weiterlaufen ja das wäre nicht ausgegangen eben auf jeden fall lustig für mich gewesen ja mal wieder für mich ist das immer lustig so warum sie jetzt so negativ du hast wieder das n wort gesagt was denn muss das p wort war positiv 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 negativ darf man nicht sagen so geht dann zu tief runter ja okay verstehe ich bin ja auf da oben krach zu machen ich bin ich kann konzentrieren das ist ja eh schon die niveau gesunken die msn niveau ja die msn nivea ist gesunken msn ja die msn nivea die sinkt dauerhaft bei mir ist die nicht nur bei mir sinkt die nicht so sondern es dauert ja jetzt kann man nur von uns kommen ja von dir ich bin normal ich bin ganz unschuldig nö nö gar nicht du bist schuldig immer nö nö gar nicht toll siehst du fängt gleich schon wieder an ich hab mich gehört gut dann weiß ich nicht was du meinst ich hab nur ne fliege laut husten gehört ja guck das waren febenpups einmal feben fertig knack 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 so werden jetzt 46 ingots mannülin ja hätten wir wenn wir wollten hätte hätte fahrrad kette genau so sieht es aus bin grad echt am überlegen am überlegen am überlegen ich hab glaube ich noch ein bisschen wenn wir zwei gasflug fliegen und dann über lava bauen nee lass mal hier doch klar ich finde es lustig da schwimme schnell in der lava also ich gucke ja und ich finde es ja lustig nein wenn man noch nicht mal hört dass der gas schießt damit ja nehmen wir das einmal mit einmal explodiert finde ich lustig für mich sehr lustig für mich auch so lustig ist es auch selbst auch für dich lustig ja sei doch nicht so positiv egal